Grüß Gott, ich bin Corinna Haunschild, Personalleiterin der ABDA-Freyung GmbH. Als Teil eines amerikanischen Konzerns entwickeln und fertigen wir innovative Kunststoffverschlüsse. Unsere Produkte gehen von Freyung in die ganze Welt. Bei uns wird Internationalität gelebt und ehrlicht. Aktuell beschäftigen wir ca. 630 Mitarbeiter. Neben dem technischen und qualitativen Anspruch legen wir besonderen Wert auf eine offene und teamorientierte Unternehmenskultur. Firmenfeste und Fußballteam sind deshalb nur ein Teil des Angebots neben der Arbeit. Wir suchen immer wieder qualifizierte und motivierte Mitarbeiter, die sich für unsere Produkte und Firma begeistern können. Vielleicht ist die passende Stelle für Sie dabei und wir lernen uns bald kennen. Bis zum nächsten Mal.